Habt ihr allein noch mal das letzte Stück Toilettpapier, dann habe ich einen Tipp vor ihr. Faul es dubbel, schröre diese Huck ab und bewahr diese gut. Mach verfolgen schroren, was ihr schroren muss machen. Mach die Finger schroren. Gebraucht verfolgend den Huck, um auch unter ihr Fingernagel schroren zu machen.